So, Reihe 19 bis 24, wartet auf uns. Wir beginnen das Ganze mit zwei Luftmaschen und drehen. In jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen. 1, 2, 3, 4, jetzt kommen sechs Aufwänder. 1, 2, 3, 4, jetzt kommen sechs Aufwänder. 1, 2, 3, 4, 5 und die sechs Aufwänder. Jetzt kommt ein geschlossenes Gitter. So, jetzt kommen fünf Aufwänder. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, eingeschlossenes. 5 Aufwänder. 1, 2, 3, 4. 5, eingeschlossenes. 5, eingeschlossenes. 5, eingeschlossenes. 3 4 und die 5 eingeschlossenes 5 öfene 1 2 3 4 5 eingeschlossenes und jetzt 6 offene 1 2 3 4 5 und die 6 so jetzt kommt in jedes Stiebchen ein Stiebchen 1 2 3 und die 4 2 Luftmaschen und damit sind wir in Reihe 20 wir drehen das Ganze in jedes Stiebchen kommt ein Stiebchen 3 und die 4 jetzt kommen 6 offene 1 2 3 4 5 5 5 und die 6 jetzt kommt auf jedes Stiebchen ein Stiebchen 1 2 3 3 4 5 5 offene 1 5 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 6 6 6 7 6 7 7 8 8 9 4 5 9 9 7 5 5 4 5 1 7 9 fünf, auf jedes Stiebchen, ein Stiebchen, fünf Offen noch, eins, zwei, drei, vier, und die fünf. und wieder auf jedes Stäbchen. Ein Stäbchen. Fünf offene. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und die Fünf. Auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Ein Stäbchen. Na, geh rein. Und jetzt kommen wieder sechs offene. Eins. Zwei. Drei. Zwei. Vier. Fünf. Und die sechs. Und auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Zwei. Drei. Vier. So, damit haben wir Reihe 20 auch geschafft. Wir beginnen mit Reihe 21. Zwei Luftmaschen für die Höhe. Wir drehen uns das Ganze und schauen uns die letzten beiden Reihen nochmal genau an. Also, hier haben wir unseren Rand. Die sechs offenen. Geschlossen. Fünf offen. Geschlossen. Fünf offen. Geschlossen. Fünf offen. Geschlossen. Fünf offen. Geschlossen. Sechs offen. Rand. Das haben wir jetzt zweimal gemacht. Jetzt machen wir wieder unseren Rand. Eins. Zwei. Drei. Drei. Vier. So, jetzt brauchen wir sieben offene. Eins. Zwei. Drei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Und die sieben. Einmal geschlossen. und Stäbchen in das Stäbchen, dreimal offen, eins, zwei, drei, geschlossen, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber meine Nachbarin oben staubsaugt gerade, ich hoffe, das dauert nicht so lange, einmal offen, einmal geschlossen, dreimal offen, und hier kommt Nummer zwei, und die drei, geschlossen, 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 dreimal offen, dreimal offen, eins, zwei, und die drei geschlossen offen geschlossen dreimal offen geschlossen so, jetzt einmal geschlossen und dann siebenmal offen eins zwei drei vier fünf sechs und die sieben und jetzt in jedes Stäbchen ein Stäbchen eins, zwei, drei und die vier so, das war Reihe 21 wundert euch nicht, ich stelle die Kamera doch wieder um ich glaube so ist das jetzt nicht richtig wir machen gleich äh, Reihe 22 aber vorher stelle ich die Kamera nochmal um so, umgestellt und weiter geht's Reihe 22 zwei Luftmaschen wir drehen auf jedes Stäbchen ein Stäbchen jetzt kommen acht und öffene eins zwei ein Stäbchen 3, 4, 5, 6, 7, 8, die nächste Luftmaschekette umhäkeln wir, jetzt kommt ein offenes, umhäkeln, 7, 8, die nächste Luftmaschekette umhäkeln, und die 3, geschlossen, offen, geschlossen, 3, offen, 1, 2, und die 3, also heute könnt ihr meinen Nachbarn da oben echt zum Kaffee einladen, geschlossen, ich hoffe ihr haltet das mit dem Türengeschmeiße da oben ein bisschen aus, offen, geschlossen, 3, mal offen, 1, 2, und die 3, geschlossen, offen, und jetzt 8, offen, genau, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, und die 8, und jetzt wieder unser Rand in jedes Stäbchen, ein Stäbchen, insgesamt 4 Stücke, das sind die 2, 3, und die 4, ja und damit haben wir Reihe 22 auch schon geschafft, und weiter geht's mit Reihe 23, und so langsam nimmt unser Tischläufer doch ganz schön Gestalt an, wir machen 2 Luftmaschen für die Höhe, drehen das ganze in jedes Stäbchen ein Stäbchen, jetzt kommen 9 offene, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 1, 3, 9, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 2 3 4 und die 5 ein geschlossenes 5 offener 1 2 3 4 5 ein geschlossenes 1 2 3 und ein Stäbchen in das Stäbchen 5 offener 1 2 2 3 4 5 5 eingeschlossenes und jetzt 9 offener 5 10 11 12 13 14 15 15 16 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 20 20 20 20 20 9, und in jedes Stäbchen jetzt ein Stäbchen, 2, 3, und die 4. Zwei Luftmaschen für die Höhe, wir wenden und gehen damit in Reihe 24. Jetzt schauen wir uns das Ganze aber nochmal schnell an. Also wir haben jetzt schon mittlerweile ganz schön Höhe. Wir sind jetzt schon bei gut 24 cm ohne Zug. Also das wird. So, Reihe 24. Wir machen wieder unsere Stäbchen. Jetzt kommen 8 offene. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und die 8. So, das nächste wird umhekelt. Und ein Stäbchen in das Stäbchen. Ein offenes. Geschlossen. So, als nächstes drei offene. 1, 2, 3, geschlossen. 2, 2, 3, 6, 7, 7, 8, 7, 8, offen noch, eins, zwei und die drei, geschlossen. offen, geschlossen, drei Aufwänder, eins, zwei, drei, geschlossen, offen, geschlossen, und jetzt wieder acht offene, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und die acht, und jetzt wieder in jedes Stäbchen ein Stäbchen, und noch eins, dann haben wir das auch. So, und damit ist Reihe 24 auch geschafft. Und auch dieser Teil, ich ziehe das Ganze einmal durch, hier haben wir unseren Rand. So, meine Lieben, damit haben wir den Teil auch geschafft. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wir sehen uns im nächsten Teil. Da geht es dann weiter mit Reihe 25 bis 30. Also dann, bis dahin. Und dann, bis dahin. Und dann, bis dahin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.